Grüß dich! Hallo, hier meine Faust. Danke, Hoff. Aber wäre unangenehm gewesen. Sehr dynamisch und geschmeidig hier rausgekommen. Sieht man auch nicht so oft. Stell dich bitte vor, mein Lieber. Also mein Name ist Ur. Ich komme aus Garmisch-Partenkirchen. Und muss kurz mal atmen, weil... Ja, wow. Schön hier zu sein. Aber echt mit blond und blau.